hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video bei projekt milliardär ja im heutigen video gibt es wieder einen einblick in meinen optionshandel die möglichkeit prämien zu vereinnahmen durch den handel von optionen und wer diese video schon bei mir gesehen hat der sieht auch dass ich das sehr transparent handhabe und im heutigen video geht es um die optionen die ihr seit september verpasst hat wo es das letzte video dazu gab und auch die optionen aus dem oktober heraus ich kann euch sagen genaueres gibt es natürlich am ende des videos aber ich kann euch sagen dass das ein rekordmonat war für mich von den prämien her lag an der volatilen phase des marktes an dem hoch und runter an den börsen und so konnte ich ja ganz gut geld verdienen was ich dann dazu genutzt habe um weitere aktien zu kaufen ja seid gespannt wir fangen jetzt erstmal an mit der gmbh wo ich auch options handel bei der commerzbank betreibe und dazu gibt es eigentlich auch nicht so viel zu sagen aber das schauen wir uns jetzt auf dem kommenden bild an ja wie gesagt bei der commerzbank handel ich meine optionen für meine gmbh und hier seht ihr im screenshot dass im vergleich zum letzten video nicht so viel passiert ist und zwar seht ihr hier die oberste position vom 23 9 die müsste noch neu für euch sein das sind vier put optionen auf die deutsche post ag ein put auf 50er basis also der strike liegt bei 50 euro und die vereinnahmte prämie für diese optionen lag bei 254 euro 85 viel mehr ist da jetzt so gar nicht passiert im namen der gmbh ihr seht hier noch die bei optionen die calls die noch bei mir drin sind für die aktien die sich auch in meinem depot befinden und die laufen noch bis dezember also noch ein stückchen zu gehen und wenn sie nicht ausgeführt werden dann werde ich da auch wieder neue calls verkaufen und wieder weitere prämien einnehmen also im bereich der gmbh sind jetzt nur vier put optionen auf die deutsche post dazu gekommen und 254 euro vereinnahmt ja im persönlichen bereich im privaten bereich ist deutlich mehr passiert das mache ich ja bei cap trader und da auch mit einem margin konto so dass ich da auch mit weniger geld mehr handeln kann aber auch mehr risiko trage und wer sich dafür interessiert kann ja gerne mal auf der seite von cap trader vorbeischauen gehen wir mal im schnelldurchgang die optionen durch da sind natürlich jetzt auch einige noch drin die aus dem vormonat kennt aber für die die das nicht kennen und natürlich sind auch einige neue dazu gekommen gehen wir mal die komplette palette mal durch wir haben hier am anfang die apple option die im november ausläuft ist auch sehr sehr gut gelaufen und wir gucken uns ja nachher auch noch mal den chart an und gucken auch da auf die ausführungskurse bei trader fox und ja da seht ihr ja wie nah ich an den ausführungskursen dran bin und natürlich wäre es in jedem fall schlecht wenn ich ausgeführt werden würde beziehungsweise wenn die option im verlust geschlossen werden würde nächste position ist adobe die läuft noch bis dezember ein 500er putt hier seht ihr auch immer die anzahl ist meistens bei mir eins aber bei kleineren werten beziehungsweise bei werten wo der kurs nicht so hoch ist sind es durchaus auch mal mehrere optionen so wie gerade bei der gmbh mit der deutschen post da sind es ja vier short puts gewesen dann haben wir hier die autodesk die läuft noch bis januar die habe ich jetzt letztens auch einmal gerollt das sehen wir auch gleich in der abrechnung wo es um die einzelnen prämien geht da sehen wir wie viel ich bezahlt habe um die position zu rollen beziehungsweise wie hoch die neue prämie war dann haben wir hier die american express aktie als basis 120er putt in dollar natürlich dann beyond meet ist auch schon länger dabei aber jetzt mit einem anderen strike mit einem anderen ausführungskurs kommen wir dann gleich auch im bereich der prämien zu die disney aktie ist noch da drin bis dezember genauso wie facebook dann haben wir hier coca cola auch drin moderner habe ich aufgenommen und das gab auch eine satte prämie wobei natürlich auch da der kurs im moment ein wenig verrückt spielt und stark gefallen ist und da jetzt im moment ein relativ hohes risiko besteht dass ich zu 320 dollar ausgeführt werden könnte mehr dazu dann später bei den prämien übersicht netflix ist im portfolio auch mit drin die haben ja gestern abend quartalszahlen präsentiert mal schauen wie sich das dann auf den kurs auswirken wird hier ist der strike bei 480 dollar dann haben wir die nike noch drin mit 135 dollar nvidia habe ich auch noch im portfolio mit 180 dollar dann haben wir immer noch paletten mit dabei die sind ja auch schon länger so ähnlich wie beyond meet in diesem portfolio mit dabei und mussten auch schon mal gerollt werden dann haben wir tesla noch bis november drin und ober bis zum 29 oktober ja soweit das portfolio bei cap trader und wir schauen uns jetzt am besten erst mal die kurse an und die ausführungskurse ja dann schauen wir jetzt mal auf die kurse bei traderfox.com und zum einordnen für euch von wann die kurse sind ich zeichne das video jetzt hier am 20 10 um 15 uhr 35 auf und ja gerade jetzt kommt da ein bisschen bewegung natürlich rein die amerikanische börse hat gerade geöffnet deswegen sind die kurse wahrscheinlich leicht verändert wenn ihr das video sieht ja fangen wir an bei paletten gucken wir einfach jetzt mal die kurslisten durch ihr seht auch hier diese linie bei 90 dollar das ist der ausführungskurs bei der paletten option und ihr seht wir sind jetzt hier durch ein gap ab ein wenig drüber aber das kann sich auch schnell wieder ändern also insgesamt gesagt eine sehr knappe geschichte momentan und ich bin froh dass die option ja noch ein bisschen länger läuft und wer die alten videos gesehen hat hat auch mitbekommen dass die option eigentlich mal einen höheren strike hatte ich habe diese option ja auch schon mal gerollt und werde das im notfall auch wieder tun ja bei moderner sieht so ähnlich aus auch da bin ich ja grenzwertig sage ich jetzt mal unterwegs die aktie kam ja gut zurück hier von über 450 dollar kurzzeitig auf 300 aber jetzt erholt sich der kurs ein wenig und ich bin ja wieder im grünen bereich sage ich jetzt mal auch wenn hier natürlich der schwung nach oben noch ein wenig fehlt ja schauen wir noch mal auf die weiteren optionen aber dann gehen wir auch relativ zügig zu den vereinnahmten prämien über das ist ja auch das spannendste an der ganzen geschichte wie und mit ja ebenfalls eine knappe geschichte momentan ihr seht auch hier den kursalarm bei 105 dollar und wir sind jetzt knapp rüber bei 107 kommen noch ein bisschen und ja ich hoffe dass sich der kurs von der bio und mit aktie weiter erholt und ich bin ja auch aktionär der firma und überzeugt von den produkten die sie haben von daher wäre das natürlich eine feine sache wenn der kurs weiter gegen norden geht wie alles hier ist das natürlich keine anlage beratung und keine empfehlung zum kauf oder verkauf von aktien oder optionen als nächstes haben wir die autodesk die habe ich ja auch gerollt hatte ich euch ja schon gerade angedeutet aber das war auch so ein bisschen ja um ein bisschen risiko rauszunehmen sieht wieder ganz gut aus ihr seht hier unten den kursalarm bei 220 und wir sind jetzt bei knapp 300 kurz darunter und das sieht wieder nach einer ganz guten erholung aus coca cola habe ich als nächstes hier in der liste gucken wir auch hier mal kurz darauf coca cola wisst ihr wahrscheinlich ist auch in meinen depots die stärkste position hat sich hier unten ganz gut abgefangen bei dem kursalarm von 52,5 und ist seitdem wieder ein wenig gestiegen ja soviel zur coca cola aktie als nächstes dann die facebook da gab es ja auch relativ schlechte nachrichten eine mitarbeiterin die ja klage erhoben hat gegen die arbeitsbedingungen dort und über das ausnutzen des systems was facebook da unterhält das geschäftsmodell kritisiert hat und da gab es natürlich dann auch einen gewissen rutsch nach unten mal schauen wie es da weiter geht aber auch hier gab es eine kleinere erholung und ich bin da relativ zuversichtlich dass mein ausführungskurs bei 280 dollar nicht berührt wird als nächstes jahr netflix netflix hat gestern abend zahlen verkündet die waren positiver als gedacht und wir sehen hier trotzdem ein jahr kleinen abverkauf in der aktie aber ich denke das ist nur temporär und wird jetzt demnächst auch schon zu anschlusskäufen führen ist natürlich jetzt auch eine böde uhrzeit wo ich das aufnehmen da kann man noch keine richtige tendenz im tagesschart ja ausmachen die deutsche post die ja im namen der gmbh veroptioniert wurde die sieht auch relativ knapp aus wenn ich mir das so angucke bei 50 ist der strike und wir liegen bei 53 aber um ehrlich zu sein gegen die deutsche post im firmendepot habe ich auch kein bisschen was einzuwenden also da wäre es ja so ich würde die aktien ins depot bekommen ein guter und traditioneller dividenden zahler und da hätte ich kein problem 400 aktien in meinem depot begrüßen zu können ja adobe hat sich auch sehr sehr schön wieder erholt in letzter zeit und wir sind wieder ein stückchen weit weg vom strike von 500 dann als nächstes haben wir noch die disney ihr seht ich habe hier alles gespeichert was ich irgendwie auch für optioniert habe ist unter die 200 tage linie gerutscht und läuft schon seit längerem seitwärts aber ich denke demnächst gibt es wieder einen neuen schub nach oben und bis zu den 140 dollern sind wir auch ja noch ein bisschen weit weg so haben wir noch was ja es kommt noch was dazu ihr seht da sind viele optionen im moment bei mir wir haben noch die nike aktie die hat sich auch sehr sehr schön wieder nach oben gekämpft und ist im moment in einem grünen bereich wir haben noch american express stimmt die hatte ich jetzt fast vergessen vorhin erwähnt hat ich sie ja kurz auch im privaten cap trader portfolio und da mache ich mir überhaupt keine sorgen da sind noch so viele unterstützungslinien bevor es da richtig nach unten rauschen könnte wir haben noch in video im programm da sehen wir auch eine sehr sehr schöne stabilisierung im kurs und wir haben noch die apple die braucht ein bisschen länger um sich aufzubauen aber ich denke so viel zeit haben wir da ist der chart auch und auch da sieht es wieder deutlich positiver aus ja die unruhigen märkte haben natürlich auch so top player wie apple nach unten gedrückt und ja da muss man dann umgehen können oba läuft ja nicht mehr so lange nur noch bis ende des monats auch da gab es das erste mal seit langem positive nachrichten ja man schreibt gewinne zumindest quartalsweise und das hat sich im chart dann auch ausgezahlt als nächstes jahr bayer ist ja noch aktiv bei mir im firmendepot aber als call deswegen seht ihr auch den ausführungskurs hier oben bei 56 euro und sollte der kurs bis dahin ja abwandern wäre das so der fall dass ich die aktien für 56 euro verkaufen müsste die bei mir im moment im firmendepot sind und das wäre dann ein satter gewinn plus die dividende die wir kassiert haben oder die ich kassiert habe und die optionsprämien wäre das eine feine sache und wenn nicht ist das auch nicht schlimm ich habe ja auch die bayer aktie im privaten depot ja tesla ist die letzte jetzt hier in der liste da sieht es auch sehr sehr gut aus tesla steigt seit monaten und mein ausführungskurs wäre hier unten bei 400 dollar und ich denke nicht dass das jetzt in den nächsten wochen eine halbierung des kurses ja kommen wird deswegen bin ich da denke ich mal auch auf der relativ sicheren seite und ich denke wenn die tesla option ausgelaufen ist dann werde ich da auch wieder eine neue eingehen wobei bei solchen wert natürlich auch immer die fallhöhe sehr sehr hoch ist und ein wenig mehr risiko drin ist als bei anderen werten ja so viel zu den optionen bzw den chart der option und jetzt kommen wir zum spannendsten wie viel geld habe ich ihn jetzt damit verdient ja zu guter letzt seht ihr hier die bekannte excel liste wo ich meine optionen und optionsprämien abspeicher das ist aber nur für den privaten bereich für den gbh bereich habe ich eine andere liste um das auch sauber zu trennen ja im gbh bereich habt ihr gesehen das waren die 220 euro oder sowas die ich am anfang des videos gezeigt hatte für die deutsche post und ja jetzt habe ich mal nachgeschaut wann war das letzte video über meine optionsprämien und welche option war die letzte die ihr kennt das war hier die coca cola die ich noch mal im ende des videos nachgeschoben hatte mit den 51 euro 96 umgerechnet prämie für diese option das heißt alles was danach kommt jetzt hier in der liste ist ja neu für euch im vergleich zum letzten video und da haben wir sie noch mal alle aufgeführt für uba die prämie war ja relativ niedrig das waren abzüglich der gebühren netto quasi vorsteuern aber 47 euro 82 die moderner option hat deutlich mehr gebracht mit 798 euro 76 dann haben wir hier die apple option mit 68 euro 90 danach haben wir nvidia nvidia entschuldigung 312 euro 83 adobe hat 699 euro 57 eingebracht wir haben als nächstes die disney option die ihr gesehen habt für 106 euro 91 alles abzüglich der kosten schon dann haben wir hier die nike mit 183 euro und 5 cent american express 67 euro 98 dann netflix 334 euro auf abgerundet entschuldigung dann haben wir hier facebook hat auch 408 euro gebracht jetzt haben wir hier ein negativ wert und zwar war das b und mit mit minus 850 euro das heißt ich musste 850 euro bezahlen um meine option zurück zu kaufen und habe im gegenzug eine option für b und mit oder auf b und mit eröffnet die einen niedrigeren strike hat das heißt ich habe ein bisschen risiko rausgenommen aber dafür eine längere laufzeit und habe dann 1589 euro verdient also muss man praktisch davon noch die 850 euro abziehen so dass man dann eine differenz die im positiven bereich ist erwirtschaftet hat und so ähnlich habe ich es dann mit der autodesk gemacht ich habe meine autodesk option geschlossen und habe 112 euro dafür bezahlt ich habe hier als kommentar auch hier schließen der put optionen geschrieben und habe nachdem ich die 112 euro bezahlt habe 420 euro verdient für die neue option die wie gesagt länger läuft aber auch einen niedrigeren strike hat und somit habe ich dann die option in die zukunft gerollt mit einem niedrigeren strike so ihr seht hier ganz oft ausführungsdatum 20 9 da ging es relativ turbulent an der börse zu ihr seht da habe ich schon alleine an dem tag fünf optionen verkauft und habe dadurch schon relativ viel geld machen können das ist halt das schöne an den volatilen phasen da steigen dann auch die optionsprämien und das habe ich dann halt im letzten monat auch schamlos ausgenutzt natürlich wie gesagt bevor man sowas hier macht ist natürlich auch ja muss man sich zeit nehmen um auch über die risiken nachzudenken und glaubt mir ich habe genug erlebt mit optionen auch wenn ich das jetzt noch nicht so lange mache aber die optionen auf wirecard die war natürlich sehr sehr heftig für mich aber im moment läuft es ganz gut und ich denke ich habe erfahrungen gesammelt um das jetzt auch ja ich sag mal mit ruhigerem gewissen machen zu können und ich habe mich jetzt auch nur noch darauf beschränkt optionen auf mir bekannte geschäftsmodelle zu machen und sowas wie wirecard kommt mir gar nicht mehr ins haus wenn ich das mal so sagen darf und ich mache das nur noch mit firmen wo ich auch wirklich weiß die machen zum beispiel einen impfstoff oder die machen einen cola saft und da weiß ich was ich im regal kaufen kann da weiß ich auch die firma kann ich mir im zweifelsfall auch im depot vorstellen so kommen wir jetzt zu den vereinten amten prämien wir fangen hier bei der zeile mit uber an das waren diese 47 euro und 82 übrigens bei amerikanischen aktien wird der ja die prämie wird in dollar angegeben und ich gehe dann halt immer hin und rechne mir das in euro um von daher ja kann das sein dass jetzt die prämien einen anderen wert hätten in euro umgerechnet aber ich mache das dann tagesaktuell immer am tag der ausführung so gucken wir uns jetzt mal hier die netto prämien an ziehen einfach jetzt hier mal durch und dann sehen wir dass das jetzt eine prämie war in diesen paar wochen von 4074 euro und 54 cent das ist natürlich super und da waren ja auch zwei roll aktionen dabei hier die zwei minus beträge die ich ja dann ausgleichen konnte durch ja neue optionen die ich abgeschlossen habe also 4.074 euro in knapp sechs wochen das ist natürlich schon eine menge geld aber ich hoffe dass es so weiter geht auch wenn das ein bisschen mehr spannung und ein bisschen mehr volatilität an den märkten bedeuten würde aber ich denke damit kann ich ganz gut umgehen weil ich auch einen relativ hohen puffer immer ein baue wenn es im nächsten monat wieder weniger ist dann ist das auch nicht so schlimm hauptsache es kommt regelmäßig was rein und ja von daher kann ich dann diese prämien wieder nutzen um neue aktien zum beispiel zu kaufen ja wenn euch dann die weiteren videos zu diesem thema interessieren abonniert doch gerne den kanal und lasst dem video ein like hier ich denke das habe ich mir verdient weil es doch relativ anschaulich und transparent hier ist ihr seht quasi alles außer meinem namen und von daher denke ich kann man so einem video dann auch mal ein like geben und ja demnächst gibt es auch wieder eine neue vermögensübersicht das ist ja jetzt hier nur ein teilbereich meines vermögens gewesen aber wenn ihr wissen wollt wie ich finanziell überhaupt aufgestellt bin dann bleibt doch dran und abonniert den kanal ich danke euch fürs zusehen wünsche euch bis zum nächsten video alles alles gute bis zum nächsten video Quan put jetzt dann